Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play FIFA 15 Ultimate Team mit mir, den Thomas von Player Get On. Und in der heutigen Folge werden wir gegen einen Abonnenten spielen. Ich habe ihn schon lange warten lassen, aber das kann ich euch gleich alles erklären. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, da ich heute Abend noch ins Kino gehe und ich auch nicht Mannschaftsausfall, das wollte ich doch gar nicht. Warte, wir werden jetzt erstmal Rechtsverteidiger... Wo ist der? Wo ist der? Piszczek, wo bist du? Uh, da bist du ja. Dich werden wir einwechseln. Ja, eine Team-Fitness ist mir jetzt egal. Team-Training anwenden. Fitness, genau, das nehmen wir. Aber nur 20, das wird ja schon reichen. So, und jetzt können wir auch gegen den Abonnenten starten. Wir nennen dich einfach Burak, weil dein Account Burak heißt und ja. So, wie man auch sieht, ist die Qualität auch schon um eine Million Mal besser geworden. Das liegt auch daran, dass mein HDMI-Splitter angekommen ist, aber es gab so viele Probleme wirklich. Nein, schon an die Einstellungen. Das erste Problem war, dass mein Bildschirm die ganze Zeit geflackert hat. Also, da musste ich mir erstmal was Neues einfallen lassen. Ja, und dann hatte ich nur das Problem, dass die Elgato Dolby, weil man Dolby-Digital-Sound halt nicht annimmt. Da musste ich auch noch eine Einstellung ändern. Okay, Reus, Lewandowski, Shaqiri, äh, Vidal, Piszczek, Alaba ist so ein Hybrid-Team, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe keine Ahnung, was uns jetzt erwartet, ob er gut ist oder nicht, aber ich werde mich mal überraschen lassen. Eine Grobschätzung habe ich noch nicht, also er hat schon einige Spieler, die ich habe, also wir können uns mal überraschen lassen. Ich bin letztendlich froh, dass es wirklich mit einem HDMI-Splitter geklappt hat, denn, ja, so viele Probleme hatte ich wirklich noch nie. Doch, eigentlich schon, als die Elgato angekommen ist, da hatte ich auch so viele Probleme. Okay, Dreieckspass, leider nicht angekommen. Der erste Eindruck, naja, man kann doch nicht viel sagen, nach weniger als einer Minute, ja, echte Minuten weniger als eine Minute und Spielminuten halt weniger als vier. Ich hatte heute noch kein Warm-Up-Match, aber das will ich jetzt nicht als Ausrede gelten lassen, okay, ein dicker Fehlpass. Aber leider war da nicht so fatal. Leider, was heißt hier, leider, zum Glück, ne? Boah, aber diese Quali ist jetzt echt geil, finde ich. Also Schürrle habe ich drin gelassen, denn Schürrle gefällt mir echt super momentan. Okay, das war weniger als nichts. Ja, ja. Ich will mich auch nicht blamieren hier, ne? Wir wollen natürlich einen Sieg nach Hause holen. Naja, wir haben ein Auswärtsspiel, ne? Ja! Komm! Also, wenn das nicht mehr Glück als Verstand war, dann weiß ich auch nicht. Ich will jetzt auch nicht böse sein, aber, ja. Pfostenschuss, aber das Spiel geht erst neun Minuten, wir müssen uns das mal richtig einspielen. Wäre schön, wenn ich ein Warm-Up-Match gehabt hätte, aber ist jetzt auch egal. Ah, wieso spielt Götze? Ja, weil ich gar keine Zeit hatte, jetzt ein richtiges, gutes Team zusammenzubauen. Egal, Götze, der kann manchmal gut spielen, aber nur ganz selten, wirklich. Ne, Dreix passt auf, Obermeergen wäre nicht gut gewesen. Nein, nicht rausschießen, nicht rausschießen. Ich habe ganze Zeit auf den Kreisknopf gesmasht. Geht raus, jetzt soll es über die Außen gehen. Aber, ja, den Ball haben wir uns ja wieder erobert und, oh, Mann. Er steht hinten gut, er steht hinten sehr gut. Alter, Obermeergen, was machst du da? Ja, was macht ihr denn da? Oh, nicht mal Boateng spielt. Nicht mal Boateng spielt. So, Obermeergen, du hast mir in den letzten Spielen gezeigt, dass du es wert bist, ein Stürmer zu sein. Ach, Mann. Ecke, okay, Ecke. In Eckbällen sehen wir nicht schlecht aus. Ah, schade. Diesmal schon. Bam, Junge, 1-1. Ja, da ist der Ausgleichstreffer. Ein Freundschaftsspiel ist das nur. Wir haben jetzt kein Vaga gemacht oder Pingslip. Wir haben uns bei einem Freundschaftsspiel belassen, obwohl ich noch nicht mal nach Vaga oder Pingslip gefragt habe. Egal. Ich meine, das ist jetzt die erste Folge der Abonnentenspiele. Ich hatte ja schon eine, aber das war eher so... Ja, kein richtiges Dasein, der nach 43 Minuten abgebrochen wurde. Also, ich schätze mal, dass das hier nicht abgebrochen wird. Okay, erstmal Ruhe in das Spiel reinbringen nach dem Treffer gerade. Na, Dreiks Pass. Wurde nichts draus. Jetzt aber. Na, schön weggedrängt. Wer auch immer das denn auf Verteidigung war. Okay, was er hier sehr oft macht, sind Seitenwechsel. Oh, das Stadion von Real Madrid sah auf jeden Fall groß aus, ne? Sah auf jeden Fall groß aus. Wenigstens habe ich nur Piszczek reingeholt. Präsident von Real Madrid wirklich ein echtes Denkmal setzen lassen. Seit der Eröffnung 1947 wurde das Stadion ja schon mehrmals umgebaut. Okay. 85.000 Zuschauer. Ah, fuck. 85.000 passen da also rein. Ich bin gerade etwas leiser geworden, weil ich hören wollte ein paar Fakten zu dem Stadion. So, mal gucken, was wir hier... Na, Mann. Er steht gut. Er steht sehr gut. Wir müssen uns da Lücken suchen. Boah, wenn das ein Fehlpass geworden wäre, ey. Da wäre ich so ausgerastet, wirklich. Ah. Okay, wir sind im Ballbesitz geblieben. War kein guter Dreiecks. Pass. Kagawa konnte ihn retten, aber leider nicht kontrollieren. Das ist eine kleine Kontersituation. Ach, wo bleiben denn die anderen Verteidiger? Beziehungsweise Mittelfeldspieler. Ja. Super Tic, sauber geblockt. So. Wir spielen hier wieder auf Ballbesitz. Also ich schätze mal 60 zu 40 ungefähr. Müsste der Ballbesitz wieder sein. Alter, 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 alter. Ey, man findet hier richtig schwer Lücken bei ihm. Jetzt aber vielleicht. Nein! Oh, so schön rausgespielt, aber leider wurde daraus nichts. Ich dachte, das wäre als erstes Abseits. Ich dachte mir, probieren wir es mal, aber... War ja gar nicht so schlecht, wie ich gedacht hatte. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Dankeschön. Sollte jetzt nicht böse klingen oder so oder arrogant, aber... Ich sag das immer gerne, wenn mir jemand den Pass, ähm, den Ball schenkt. Alter, man kommt eigentlich mal im Popschutz an. Es ist inzwischen Freitag, der 13. Huhu. Ihr werdet das erst am Samstag, den 14. sehen. Das Video. Mann, ey. Hier spielt sich auch keiner frei. Einfach draufschießen. 2-1. Bam, Junge, würde ich mal sagen. Und tut mir wirklich leid für die Führung, aber muss er sein, muss er sein. Mal gucken, ob wir die Führung weiter ausbauen können oder auf Verteidigung spielen. Naja, gleich ist erstmal Halbzeit. Jetzt heißt es erstmal zu verhindern, dass er ein 2-2 schießt. Macht aber Spaß, gegen Abonnenten zu spielen. Und das noch in so einer schönen Quali. Macht auf jeden Fall Spaß, muss man schon sagen. Und in der nächsten Folge wird es wieder heißen, Road to Liga 2. Alter, erstmal weg damit. Obwohl ich das gar nicht wollte. Ich wollte ihn eigentlich nur wegpassen, aber... Huch, Halbzeit. Noch ein Pfostentreffer zur Halbzeit. Das war richtig heavy. Zweimal Oben Yang. Oben Yang macht heute wieder eine gute Figur. So, jetzt haben wir erstmal Halbzeitpause. Wir gucken uns jetzt die Statistik an. Okay, 45 zu 55 Ballbesitz. Ich habe mehr Schüsse aufs Tor, beziehungsweise... Alle Schüsse sind aufs Tor gegangen. Er hat mehr Zweikämpfe. Ich habe nur eine Ecke. Schussgenauigkeit 33% zu 100%. 81 zu 89. Alles in einem kann man, glaube ich, sagen, dass die Führung verdient ist. Okay, weiter geht's. So. Also Schülle, ich habe ja gestern Abend wieder ein Spiel in der 3. Liga gemacht. Sah richtig gut aus. Wir haben, glaube ich, 3-2 gewonnen, nur wegen Schülle, weil er aus dem Mittelfeld direkt durchgelaufen ist. Ey, das hättet ihr sehen müssen. Ich habe es echt bereut, dass ich zu dem Zeitpunkt noch nicht aufgenommen habe. Ach ja, ich habe jetzt geschaut. Im Übrigen kann ich jetzt mit dem HDMI-Splitter auch mit der Elgato mein Handy aufnehmen. Das heißt, wir können so streamen. Eventuell wird auch schon heute ein Stream sein. Ja, ja. Eventuell, wenn der Stream gut ist, werde ich ihn auch auf YouTube hochladen. Ah, das war irgendwie klar, dass er auf den Flügel passen wird. Boah, ein Glück. Ich hasse solche Situationen so dermaßen, weil ich da immer einen reinbekomme. So, Kagawa. Ich wollte ihn gerade loben, aber dann ist diese Situation passiert. Wahrscheinlich wird er jetzt irgendwie einen Dreieckspass machen. Ja. Oder einen normalen Pass, je nachdem, ne? Ah. Das passiert, wenn man schlecht verteidigt und seine Chancen nicht nutzt. Ah. Mann, 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 Mann. Durchlaufen will ich nicht. Hat sowieso keinen Sinn. Durchlaufen ist immer riskant. Ich spiele es mir lieber. Er spiele es mir. Alter, wieso ist Schule gerade so langsam gewesen? Okay, jetzt steht es wieder 2-2. Unentschieden wäre ein bisschen schade. Also, ein Sieger muss es geben. Pistcheck hat schon geklärt. Hat das Kopfball-Duell gewonnen. Und jetzt wieder ein Ballverlust. Okay, wer war das gerade? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Oh, Mann. Ey, kann doch gar nicht sein, dass er... Ja, Schiri, ey. Und wieder ein Seitenwechsel. Das war klar, dass er es macht. Aber man weiß meistens ganz genau, was der Gegner macht. Aber man kann es trotzdem schwer verhindern. Und er schießt sehr gerne mit R1-Kreis drauf. Sehr gerne sogar. Oh, das gibt es doch gar nicht. Ey, ich muss die Verteidigung wechseln, wirklich. Wenn so ein Boateng in der Verteidigung fehlt, ist es doch schon ein bisschen kacke, ne? Aber soll jetzt keine Ausrede dafür sein, dass wir zurückfliegen. Ey, du kannst nur pausieren, wenn du im Ballsitz bist. Ich gönne mir mal die Verträge, denn ich habe genug, wirklich. Die werden auch bis FIFA 16 reichen. So, haben wir denn... Okay, Boateng ist da. Sehr nice. Wir brauchen einen neuen Schwung. Ziele einwechseln, ich weiß nicht. Hummels hat jetzt 87? Wieso denn das? Keine Ahnung. Und Schöler 83 gab es wieder ab... Der Bräunert 88. Gab es Upgrades oder was? Boateng ist ja richtig nice. Ist ja richtig nice. Habe ich gar nicht bemerkt. So, drei Auswechslungen werden wir jetzt machen. Die Spieler haben mir nicht so gut gefallen. So, jetzt müssen wir gucken, aber... Der Bräuner 88 ist ja schon ein richtiges Tier, ey. Ach, Pisscheck. Ah, Mann! Ah, fuck, ey. Der steht richtig gut hinten. Und jetzt wieder ein Seitenwechsel. Und jetzt wieder... Auf die Flügel. Ja, wenn das ein Elfmeter ist, dann bin ich der Kaiser von China, wirklich. Ja, zeig mir jetzt die... Ich wollte eine Wiederholung sehen, wirklich. Ey, das ist kein Elfmeter. Alter, ey. Wenn man seine Chancen nicht macht und schlecht verteidigt, dann passiert so eine Scheiße. Dann passiert wirklich so eine Scheiße. Weißt du, ist mir jetzt egal, wir stellen jetzt auf sehr offensiv. Ist mir jetzt wirklich egal. Und wenn ich solche Pässe schon wieder sehe, dann kriege ich Aggression. Diese Pässe, die kann FIFA mal wirklich patchen. Also, keiner kommt an. Kein Dreieckspass kommt an. Weißt du, 90% der Pässe kommen einfach nicht an. Ja. Nee. 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 Und die Verteidiger lassen sich auch meistens so dermaßen schlecht steuern. So. Jetzt auf Reus. Das Spiel ist noch nicht gelaufen. Das Spiel ist noch nicht gelaufen. Alter. Ja, bitte, ne. Auch das vorhin. Das war kein Elfmeter und... Oh, Rodriguez. Willst du Applaus? Willst du Applaus, Rodriguez? Willst du Applaus? Ja, das ist ein Tor. Das ist ein Tor. Ja. Super, Rodriguez. Applaus. Wirklich. Ey, wenn ich so eine Scheiße schon sehe. Wenn ich so eine Scheiße sehe. Ey, bei solchen Situationen habe ich gar keinen Bock mehr auf FIFA. Burak, ich will unbedingt eine Revanche gegen dich. Sogar in nächster Zeit. Also, diese Niederlage lasse ich nicht auf mir sitzen. Ja, kann doch nicht sein, dass Götze 600.000 Jahre zum Abschließen braucht. Mann. Sehr überschaubar, wie Burak hier spielt. Ja, Rodriguez, wenn ich sowas sehe, weißt du. Ey, da habe ich manchmal wirklich das Bedürfnis. Sofortkaufpreis weg. Da habe ich langsam das Bedürfnis drauf. Oh, wieder so ein Pass. Ey, das ist doch... Ich habe ja immer die Horrorvision, dass der Ball ihn durch die Bühne holt. Ja, komm. Der Ball kommt doch nicht mehr an. Frage ist, ob der sogar bis ins Tor gerollt wäre, so... Ja, genau das. So, jetzt müssen wir gucken, ob wir irgendwo eine Lücke finden. Meine Aggression muss ich... Ey, das gibt es doch gar nicht. Alter, diese Fehlpässe gehen mir sowas von auf den Sack. Das kann man nicht. Ich lasse Lino jetzt trotzdem rauslaufen. Ist mir egal. Ist mir wirklich egal, ob das jetzt das 6-2 war. Oh, schön. Ja, da hast du ein Tor geschossen. Mann, ey. Alter, ich will gleich noch ein Spiel gegen ihn spielen. Wirklich. Aber wenn ich so eine Abwehrleistung sehe. Wirklich. Weißt du, jeder Pass, jeder zweite Pass ist hier ein Fehlpass. Och, schön, Kagawa, wirklich. Alter, wenn ich das schon wieder sehe, wirklich. Und sich gleich... Alter. Oh, Piszczek lässt sich jetzt tunneln. Ja, wenigstens der Boateng noch... Ey, komm, ein Tor muss noch hinterher. Jetzt werden wir den Konter einschlagen. Ist mir egal. Hier hat er gegrätscht. Einfach mal draufschießen. Aber leider ist ja nichts draus geworden, weil der liebe Herr Reus ja flach schießen musste. Ja, wenigstens haben wir jetzt noch einen Einwurf, ey. Alter, Shakiri. Ey, ich drück auf Kreuz. Nee. Hat's ja nicht nötig zu passen. Er meint ja auch, er wäre ein Cronaldo und könnte die ganze Verteidigung durchnehmen. Alter, jetzt denkt... Jetzt denkt er bestimmt, ich wäre total schlecht im FIFA, obwohl das nicht stimmt. Ach, Mann. Ey, ich will unbedingt eine Revanche gegen dich. Ich will unbedingt eine Revanche. Dann würde ich auch sagen, das war's dann für die heutige Folge. Es tut mir wirklich leid, wenn ich jetzt ein bisschen Argo geworden bin. Aber bei dieser Teamleistung... Wir gucken uns jetzt mal... Äh, jetzt... Wir gucken uns die Statistik an. Passgenauigkeit 88% glaube ich nicht. Nee. Das war's dann für die heutige FIFA-Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, trotz der hohen Niederlage, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keinen FIFA mehr verpassen wollt, würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So.